ja komm ist doch gut boah ist doch gut ich krieg den Aff die sind voll Strom ist gut Mann sind die aufdringlich oh Mann ich kann drüber laufen über die ist das geil das wusste ich ach die geht noch so am Arsch ok wenn ich über die laufe kann ich die ok das habe ich nicht gewusst ich kann die zertreten ist das geil pp zerplatzen oh Mann hey Box der Papst im String kann ich da rein natürlich kann ich da rein da liegt Munition ach und gel ok 500 nein was ist das ich habe nicht gesehen habt ihr irgendwas gesehen da ich wusste doch nicht irgendwas gesehen haben ok da sind sie wieder warte warte ich gehe nochmal zurück sind das ratten 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 sind das ne ratten und babys das ist der vater ok die fallen von der deck alter schwede was geht hier ab einfach platt da kann ich was anzünden ich kann die doch anzünden geil ist das abgefahren zerplatzen ey wie ein wie ein Luftballon komm her wo ist er besser wenn man euch tötet besser wenn man euch tötet ah ich muss ja ok aber auf so eine kranke Idee muss mir erst noch kommen ne ich denke mal dass das Babys waren also so das sah mal so aus ok ok hm 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 ja ja zuerst guck ich mal her das ist nur eine Glocke man weiß nie, ne? ich schaute ich schon wieder mach ich jetzt hier ok Notiz aus Höhle 5050 und ich heute Leute ok ich spüre einen ganz leichten Luftzug unter der Tür ok ich weiß nicht, wenn ich jetzt ich gehe bestimmt kaputt hier ist irgendwie ein Hebel ich weiß nicht, was ich machen soll ach, den muss ich schon verbrennen und ein Schlüssel ok zahl ich einen Schlüssel, oder? ne, der liegt noch da ich gebe schon kaputt ah, da ist ok ok das da rein Platte einsetzen jo mach auf boah, das wäre so geil, ey mit dem Stil hier vielleicht noch eine geilere Grafik die ist ein bisschen altbacken aber das ist egal aber mit dem Stil wasn't evil, ey und dann mit Leon und mit Ada boah, mit der Hammer auch mit so Höhlen so abartige Gegner ja ich finde das richtig geil hier ich finde das richtig geil hier so muss ein Muslim Evil sein finde ich perfekt da ich wusste es immer nach hinten schauen bei allem beim Rollenspielen beim Ego Shooter bei jedem Spiel immer zuerst nach hinten schauen meistens ist da noch eine Kiste oder ein Gegenstand wie jetzt hier das ist so eine kleine Regel die sollte man sich bewahren ups boah, ich muss was trinken was rausfinden wie ich den Prozess vergängig machen kann um ihn zu wen diese Rubik wer zum Teufel ist er tut mir leid ich muss weitermachen vielleicht wenig tun wenn sie mich im Dunkeln lassen und sie werden meine Hilfe brauchen hier wir forscht man an einer Methode wie soll ich das erklären es ging darum Gehirne zu koppeln auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen Gefühle Erinnerungen Wahrnehmungen alles die gehörende Koppel völlig neuartig ihre Bedeutung für die Psychologie Arzneimittelforschung das Bewusstsein selbst meinen sie das ernst das ist doch völliger Wahnsinn ich habe nie gesagt es wäre perfekt besonders nicht mit so einem Labilen Wirt großartig ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath und wir sind alle in seinem Kopf nicht richtig nein wir alle tragen etwas dazu bei aber er ist der einzige hier mit bewusstem Einfluss sie wissen doch wie er denkt was will er nun das ist nur eine Theorie aber ich denke er will unseren Tod er hat einen riesen Hirn ok er hat sich verpisst hier muss ein Spiegel sein irgendwie immer wenn der Tagebuch von Sebastian da war muss ein Spiegel sein das ist die Frau ne hier ist kein Spiegel hier ist noch was aber wenn ich es nicht ging dein Leichen verscheiden vor dem der nur bei nicht 你们 noch mal Licht an hier scheint nichts was es sein ok, gehen wir weiter oh, yo was geht nein, lauf doch ach, scheiße, ich hab gedacht, der läuft alleine man, man, man ich hab gedacht, der wäre so eine na, scheiß drauf da sparen wir uns alles gut hier war noch eins gut na, schau, ich hab doch die Luft alleine, der Idiot in ja, der ist flott, ey der ist flott, ey hm, wuhig alte Haut jo bin ich noch mal am Arsch gegangen, ey das ist ein Witz das ist so geil naja, ja ja, egal jo, Leute, ich mach aber auch mal Schluss jetzt, ich hab es gespeichert ja, 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 ich, ich, jo, ich mach mal Schluss, ich brauch mal eine Pause Bis zum nächsten Teil von The Evil Within, man sieht sich. Ciao, ich bin raus.